Ich bin wieder total begeistert von den ganzen Experten. Und auch dieses Jahr wieder extrem gute Speaker. Kommt dann her, coole Leute, leckeres Essen, passt alles. Wenn du dich weiterbilden möchtest und coole Leute treffen möchtest, dann komm doch nächstes Jahr auf jeden Fall auch zum OMT. Das macht sehr viel Spaß. Zum Glück habe ich mich neu entschieden zu kommen. Und es ist wieder toll, super Vorträge und vor allen Dingen sehr tolle, nette Leute aus der Branche, die ich jedes Jahr mich wieder freue, hier zu treffen. Sehr viele, sehr tolle Vorträge. Jetzt hat mir besonders gerade gut gefallen der von Julia Weisbach. Ist CO tot oder sowas? Auch bezogen auf KI. Hat mir sehr gut gefallen, fachlich top und vor allen Dingen sehr unterschwellig, humorig, um das mal so zu sagen. Also absolut top, super Veranstaltung. Es hat mich gefreut, viele Leute aus der Branche wieder zu treffen und die guten Vorträge zu hören. Normalerweise stehe ich auch selber ganz viel auf der Bühne. Aber ich habe jetzt mal beim OMT die Chance genutzt, einfach mal zuzuhören, mich auszutauschen, alte Bekannte zu treffen, neue Leute kennenzulernen. Genieße das auch so ein bisschen als Runterkommen. Mal weg vom Alltagsstress mit den Kunden und mit Leuten zu sprechen, die einen auch verstehen. Der OMT war für mich super spannend, super lehrreich. Von der Organisation zur Umsetzung als auch zu den Vorträgen kann ich echt nur positives Feedback geben. Ich werde nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Es entwickelt sich hier. Es wird von Jahr zu Jahr größer. Ich glaube, ich habe kein OMT verpasst in den letzten zehn Jahren mittlerweile, glaube ich, sind es jetzt. Und vielleicht bist du ja im elften Jahr auch dabei. Es lohnt sich definitiv. Wie gesagt, tolle Speaker. Könnt ihr selbst wählen, die Speaker. Insights sind unfassbar viele dabei. Ich war fleißig in den Vorträgen bisher und am besten gefallen hat mir der Vortrag von David Odenthal bisher zum Neuromarketing. Den fand ich sehr hilfreich. Tatsächlich fand ich den Keynote von Mario ganz gut. Den fand ich wichtig. Ich komme eigentlich schon seit sieben Jahren zur OMT, einfach um sich up to date zu halten. Man kommt deutlich schneller mit den Leuten ins Gespräch und viele Vorträge zwar, aber auch viel Wissenwertes dabei. Also du hast wieder wirklich eigentlich fast alles aus dem Online-Marketing dabei und auch in unterschiedlichen Leveln. Und dieser Mehrwert, weil der Mehrwert selbst für so einen alten Vogel wie mich, der wirklich schon seit 1998 dabei ist, selbst der kriegt noch seine Mehrwerte mit. Und ja, deswegen bin ich wieder dabei. Und natürlich auch wegen der Party, wegen der Leute, wegen dem geilen Essen. Sie versüßen quasi die Pausen und geben eine Energie für den Tag. Es ist immer wieder gut, mal aus deiner Bubble rauszukommen und über den Tellerrand zu schauen. Und dann doch nochmal das ein oder andere für sich mitzunehmen. Man konnte auf jeden Fall schon viele Content Insights mitnehmen und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht zuzuhören. Wenn du Bock hast auf coole Leute, viele Vorträge, viele Insights, viel neues Wissen auch für dich, viel Netzwerken, vielleicht neue Deals, neue Partnerschaften abzuschließen, dann komm auf jeden Fall zum OMT. Große Empfehlung, eine der besten Konferenzen hier im Dachraum. Ich freue mich, euch nächstes Jahr vielleicht auch hier zu sehen. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Das war ein Besuch, aber ich freue mich. Ich freue mich, euch ein Besuch, ein Besuch. Ich freue mich, euch, ein Besuch. Ich freue mich, euch, nicht mehr zu sehen.